Hey Leute, willkommen zurück zu Remothered. Der Typ ist hier irgendwo unterwegs und sucht mich. Ich weiß es. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mal auf Cam geschaut. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich muss das Seil nochmal entfernen, richtig. Ja, man hat hier leider immer durch die Spiegel. Ist ja draußen gerade. Wo bist du gerade? Ist immer so schwer auszumachen, wo er gerade ist. Für dich. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier. Wer war es? Oh, komm schon. Ich werde dich wegwerfen. Stop. Sieht, wir haben ein paar Kumpel. Öffne es jetzt. Ich werde es nicht verletzen. Nein. Es sinkt schon wieder. Wo bin ich jetzt hier? Oh, da ist die Küche. Oh Gott. Komm schon. Hier war nämlich was. Ich habe hier was gefunden. Ja, der Pümpel. Ich weiß, du bist ein bisschen. Stopp, du B***. Öffne diese f***ing Tür. Nein, ich mache diese Tür nicht auf. Ich will dich spielen. Ich glaube, die Larnbel lasse ich mal wieder aus. Oh Mann, ey, du Mistkerl. Ich will doch nur in die Küche. Ich habe nämlich in der Küche, wie gesagt, was gefunden. Ich höre ihn. Da war er. Wenn er jetzt hier rauskommt, ne? Ich gehe sofort. Okay. Ich glaube, er ist woanders hin. Oh Mann. Genau, hier ist nämlich der Pümpel. Sehr gut. Ist ein Puzzle-Item. Warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nämlich auch so ziemlich alle Schubladen hier mal aufgemacht, aber da war auch nichts drin. Oh nein, das ist ein Puzzle-Item. Oh nein, das ist ein Puzzle-Item. Oh komm, was? Stuhl. Ja, 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 komm. Nimm's. Was auch immer. Da hat das bestimmt... Da hat das nicht gehört. Ach komm. Oh was, das hat er nicht gesehen. Du bist so ein ekelhafter Widerling. Würdest du mir gerne, dein stupides Spiel zu genießen? Das ist mir doch egal, ob du es lustig findest. Ich finde es sehr lustig mit dir. Ekelhafter. Oh nein, nein, nein. Keep calm. Maintain the smaller cycle inside the bigger one. Ja. There's nothing left to eat. It's all mold. Ist aber blöd, ne? Oh komm schon. Oh. Lang Arsch. Lang Arsch, Leder, Nacken. Ich glaube, ich habe hier mal um in der Küche. Ich glaube, ich hätte hier noch was gefunden. Nur wirklich. Reinigungstool. Oh Gott, kommt das schon wieder. Oh Mann, ey. Hier war noch was. Was? Zum Handle. Genau, genau. Das war das mit der Handle, Leute. Ich erinnere mich. Ja, ich habe wirklich ein bisschen Off-Camp gespielt. Es tut mir leid, aber ich habe nichts jetzt vorweggenommen. Glaubt mir. Oh ja, den Griff kann ich jetzt. Komm, ist da irgendwas? Der Schlüssel? Oder kann ich da rauskrabbeln vielleicht? Die Freiheit? Was ist da? Die Motten. Was? Es ist remothered, nicht remothered. Alter. Oh, was? Was, was, was? A Film. Finding God through the Lost Film of the Hypnosis Session of Dr. Felton. Alles klar. Er wurde hypnotisiert. Vielleicht macht er das jetzt auch nicht alles wirklich freiwillig, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist bestimmt entweder von diesen Parasiten, oder vielleicht wurde er so hypnotisiert, dass er jetzt ein bisschen Amok läuft. Weiß eigentlich nicht, wo er gerade ist. Hier ist auch noch eine Tür. Verdammt. Das stimmt, genau. Die hatte ich ja schon. Ja, ja. Das ist close from the other side. Hier ist einfach nur ein Seil. Korrekt, das war die Tür. Ich glaube, ich möchte mich dann wieder ganz hoch an den Spiegel, wenn es geht. Jetzt habe ich ein bisschen Fortschritt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man hier stirbt. Der Lederarsch schon wieder. Wo geht der lange? Ich weiß es nicht. Leg dich doch schlafen, Mensch. Du bist doch so müde, dachte ich. Komm, Freund, wie wäre es? Hau dich einfach mal hin jetzt. Er kommt jetzt nicht ernsthaft hier runter, oder? Ich war gut, ich bin gerammt, aber offensichtlich ist er doch nicht so hellhörig, wie ich dachte. Und wie das Spiel mir weiß machen will. In der Ladescreen steht immer, bleib geduckt und bewege dich leise, dass er dich rausfindet, wo du bist. Okay, er ist offensichtlich nicht hier. Wo habe ich die verdammten Pille? Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwo in seinem... Oh, wenn er jetzt hier die Treppe runterkommt, ich kriege ich einen Anfall, ne? Dieses Haus ist nicht offen für das Publikum. Habe ich gemerkt. Es ist allmoldet. Okay, na. Der Projektor in seinem Büro, den habe ich nicht vergessen. Übrigens, vielleicht können wir da den Film betrachten. Dann renne ich einfach mal zum Spiegel. Ist mir doch egal, du Mistkerl. Na gut, eigentlich ist es ja immer noch sein Haus, ne? Nur mal so. Oh, Restore Life. Was ist das denn? Ah, genau. Kreiseaufzug. Das ist ein großes Haus. Ich frage mich halt immer, wo er gerade rumläuft. Und komischerweise ist es ja gerade immer da, wo wir auch sind, in etwa, ne? Was ist das düster, Mann? Ich glaube, ich habe mich aber nicht die Taschenloppe anzumachen. Dann sieht er mich doch viel früher noch. Alles gut, ja. Alles gut, ja. Nell. Ich weiß, dass er gerade die Treppe hochgekommen ist, oder? Oh, jetzt. Aber ruhig. Oh, Gott, Killer. Ich habe hier Muffe in Sausen. Was? Paper Sheet. I read the Paper Sheet. Ja, mach ich doch. So. Dr. Felton. Ich glaube, ich habe die... Ich glaube, was? Ich glaube nicht, dass ich die Stärke und die Courage habe, um mit dieser Geschichte weiterzumachen. Äh, Therapie bringt sie irgendwo hin. Und, äh... Was heute geschehen ist, ist sehr ernst. Ich habe den Film entsorgt. Äh, ihre... Ihre... Ja, ihre Session, oder beziehungsweise ihre Sitzung mit der Mesmeration. Mesmer... Mesmerization. Also, in dieser Wiedererinnerung an... Also, in... Ach Gott, wie sagt man dazu? Ne? Also, wieder etwas in Erinnerung rufen. Durch Einflüsse, glaube ich, ist das. Kann nur ihrer geistigen Gesundheit schaden. Und ich hoffe, es gerät niemals in die falschen Hände. Versuchen Sie es bitte nicht zurückzuholen. Ich habe es in den Ofen geworfen. Ich habe auch die Batterie in der Pendeluhr ersetzt. Wir müssen uns also nicht mehr den Projekt... Was? We don't need the projector anymore. Wir brauchen den Projektor einfach nicht mehr, ne? Ja. Und... Äh, passen Sie auf sich auf, Gloria. Achso, sie hat jetzt einfach mal... Hallo? Sie hat aber jetzt nicht gekündigt, oder so. Ich dachte schon, sie haut jetzt einfach ab. Und sagt, Dr. Felten, Sie können mich mal. Ah, da ist die Projektorleinwand. Also, in der Pendulum-Clock, in der Pendeluhr, habe ich... Hattest du die Batterie jetzt irgendwo versteckt? Oh, bitte nicht. Er hat gerade die Tür da hinten geöffnet, oder? Genau. Wo ist Dr. Felten jetzt? Ja, ich doch auch, Mann. Aber ich kann auch nicht. Was habe ich denn eigentlich alles? Ein Plunger, ein Film. Oh, vielleicht sollte ich mal ein Rope... Äh, ne? Austauschen. Da ist er denn die ganze Zeit rum, Mensch. Wird mein Herz leider wirklich nicht so gut, wo er gerade ist. Wird halt schon längst hier oben sein, irgendwo. Wenn er wie es jetzt eine Lampe dabei hätte, weißt du? Dann könnte man am Licht schon erkennen, wo er gerade rumläuft, aber... Hab's doch equipped, oder? Ja, ich kann die Dings vorhin stellen. Jetzt könnte ich es vielleicht mal zur Ablenkung nutzen. Nein, der ist gerade hier oben, oder? Natürlich ist er das. Der weiß, wo ich bin. Ich brauche noch eine Session. Ich brauche wirklich. Oh Gott. Wo ist die Pendel-Uhr? Wo ist die Pendel-Uhr? Hier oben offensichtlich nicht. Das ist... Alles ist natürlich irgendwo anders, wo ich... Oh Gott. Aber schön für Old MacDonald. Das ist aber ganz schön schnell wieder. Neu-Sie-Lidle. Neu-Sie-Lidle was? Es war es, ich wollte. Du bist so ein ekelhaftes Schwein, Mann. Das ist wohl das große Ding hier. Das sind hier seine Tabletten, ne? Schon wieder hier in den Bankettsaal. Kannst du mal nicht woanders hin, Mann? Oh nein. Das ist die Pendeluhr, oder? Mit seiner Schürze und seinem nackten Arsch, Mann. Ich muss die Uhr aufkriegen. Find a missing pendulum, clock key. Clock dial is a key, ernsthaft? Er ist missing a key, so. Was ist denn der Schlüssel, bitte? Guck mal kurz die Objectives, warte mal. Ja, Escape. Investigate on the disappearance of Celeste. Try to remove the object stuck in the drain pipe. Wo ist da die drain pipe? War das in der Küche, oder? Want whatever you need to activate the stair controller. The basement, genau. Hab ich hier noch im Kopf gehabt, diese Leiter. Find and go through the lost film. Und find a missing pendulum clock key. Ich glaub, hier hatte ich alles durchsucht, ne? Mist. Was ist das? Die Seite hatte ich doch schon. Hast du die nicht eingesteckt? Was hier gef... Der ist mit Friseur 40 Dollar. Ich bleib jetzt einfach mal ganz ruhig hier sitzen. Das muss er ja hören und darüber dann sich bisschen aufregen, oder? Das ist mein Haus. Du kannst das nicht machen. Ich darf das. So. Jetzt kurz nochmal speichern. Ich nehm mich mal runter in den Keller. Ich mein, ich hab ja schon ein paar Sachen. Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen. Ich glaub ich halt immer wo er gerade ist. Das ist hier so das Spannende eigentlich. Der ist ja nicht besonders schnell oder besonders gefährlich. Ich mein, der hat ein paar Mal auf mich eingehackt, aber... Der ist nicht unbedingt gleich davon gestorben. Ich kann auch dann gleich die Lebensötage wiederherstellen, aber trotzdem. Das ist echt mies. Dass er einfach nicht aufgibt. Er kann uns auch nicht wirklich gerade wehren gegen ihn. Da brauchte ich auf jeden Fall ne Batterie, aber ich hab keine Batterie. Wir haben Film, Plunger und Metal Cable. Also ich muss... Abfluss. Welcher Abfluss? Oh Gott. Hab ich das schon? Warte mal hier der Abfluss? Ne. Ah nein. Oben im Badezimmer, oder? Ich bin so ein Eumelmann. Nichts, dass er gerade oben ist. Ah ah. Okay, aber wie gesagt, Türen sind gut. Da weiß ich ungefähr, wo er ist. So ein Dödel, ne? Oben war doch der Abfluss, wo er sagte. So, ii, bah. Oder wo sie sagte. Ii, bah. Pfui. Da kam ich auch nicht zu rennen. Das kann immer sein, dass er sagt, oh, we're snooping around here. Und dann kommt er wieder angerannt. So ein nackigen Arsch. Und... Warum macht der das? Ich meine, gut, der ist hier alleine zu Hause, aber... Ja, wie gesagt, Türen sind gut, ne? Türen sind gut. Und er schließt ja auch immer anständig. Wenn ich einfach jetzt ne Schnur um die Tür wickeln könnte, um den Knauf, so wie er's ja gemacht hat. Das wär voll gut. Die Mottenlady. Wie widerlich... Warum? Genau, der Abfluss. Hier haben wir's. Something in the drain. Oh ja, komm. Tikesbier. Eine dreckige Unterwäsche oder ein Schlüssel? Die Wetten sind offen, ladies and gentlemen. Oh nein! Das ist im Keller. Das müsste aber der Clock Key sein. Ja, ist es. So ein Aufziehschlüssel. Find the brain fluid. So. Hauptsache, er ist erst mal weg. Ich fühl mich immer ganz wohl, wenn ich weiß, wo er ungefähr ist. Ich bring deinen nackten Arsch hier hoch, Mann. Ich mach das total gerne. Wirklich, ich liebe es. Gerade von nackten Männern verfolgt zu werden, das ist mein Traum. Er macht das Ding aber auch nicht aus, kann das sein, er lässt es immer noch klingeln. Da ist es. Oh, wie schön. Ich kann's einfach rausnehmen, oder? Nee. Oder nicht? Ach komm schon. Dreck doch auf. Das sieht schon wieder, Leute! Ich muss hier Pause machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre echt cool, wenn ihr mir ein Like dalasst und bisschen mitfiebert vor allem. Also kommentatorisch in den Kommentaren. Ich bin ja kommentatorisch. Ja, wäre schön, wenn ihr mir was schreibt. Wir sehen uns wieder zu Remothered beim nächsten Mal. Macht's gut.